Hallo meine Lieben, ich hoffe ihr seid alle gesund, eure Familienmitglieder sind gesund, Freunde natürlich auch. Es gibt was zu feiern. Vor ein paar Monaten habe ich die 100 Abonnenten gefeiert bei YouTube und jetzt vor knapp zwei Wochen oder anderthalb Wochen habe ich auch die endlich die 200 gepackt und das möchte ich mit euch feiern bzw ich möchte mein Versprechen anlösen, denn ich habe gesagt alle 100 Abonnenten, die ich jetzt neu dazu gewinne, gibt es eine Pflanze zu gewinnen, aber wie ihr jetzt seht gibt es momentan keine Pflanzen. Daher habe ich mir was überlegt, nämlich ich werde einen Gutschein für euch vorbereiten oder für den Gewinner im Wert von 10 Euro und dazu gibt es noch einen Gutschein, nämlich für den versandkostenfreien Versand, damit du auch wirklich gar keine Kosten hast. Du kannst den Gutschein dann, nachdem du gewonnen hast, jederzeit einlösen. Ich würde ihn aber jetzt noch nicht einlösen, weil die Pflanzen jetzt noch alle wirklich schrecklich aussehen. Ich würde vorschlagen, dass du ihn erst ab April einlöst, vielleicht ab März. Du musst auch nicht beide gleichzeitig einlösen. Du kannst zum Beispiel nur einmal den 10 Euro Gutschein für eine Pflanze benutzen, bezahlst Porto und dann bei deinem nächsten Besuch, einen Monat später, zwei Wochen später, kaufst du noch eine Pflanze. Die musst du natürlich bezahlen, aber dann kannst du den kostenlosen Gutschein einlösen. Also es bleibt dann bei dir, was du haben möchtest. Ich habe mir hier die Bedingungen ausgedruckt, damit das auch alles fair abläuft. Die lese ich mal vor. Die Teilnahmebedingungen. Nein, vorher noch mal die Teilnahme. Dieses Mal geht es nicht über Facebook, YouTube und Instagram, sondern nur über YouTube. Das war nämlich letztes Mal ein immenser Aufwand, alle Namen zu sortieren, aufzuschreiben und dann mit einem Zufahrtsgenerator einen auszupicken. Deswegen ist diesmal nur bei YouTube. Das ist bei mir Copy & Paste. Das ist wesentlich einfacher und schneller. Bitte verzeih, was soll ich sagen. Du findest auf meinem Blog jetzt auch eine Rubrik Gewinnspiele ganz oben im Menü. Da sind immer alle aktuellen Gewinnspiele und auch die Gewinner werden da benachrichtigt bzw. aufgelistet. Du gehst einfach auf das YouTube-Video und kommentierst unten mit einer Pflanze, die du haben möchtest, mit Kritik, mit einem Smiley, mit irgendwas. Also schreib einfach. Du kannst auch nur zwei, drei Punkte hinsetzen. Hauptsache, du hast das kommentiert und schon nimmst du teil. Und die Teilnahmebedingungen. Der Teilnahmezeitraum ist von 15.11. Sonntag, also jetzt, wo das Video hochgeladen wurde, bis 22.11. Diese mache ich nur eine Woche. Der Teilnehmer muss zum Ende des Gewinnspielzeitraums mindestens 14 Jahre alt sein. Der Versand des Gewinns erfolgt leider nur noch nur nach Deutschland, weil in die Schweiz, Österreich ist es wesentlich zu teuer. Du erklärst dich damit einverstanden, dass ich aus Gründen der Transparenz der Community gegenüber deinen Benutzernamen veröffentliche. Verantwortlich bin ich dafür. Meine Daten findest du im Blogbeitrag dazu, den ich dir verlinkt habe in der Beschreibung. Der Gewinner wird von mir per direkter Nachricht nach der Auslosung kontaktiert. Die Adresse des Gewinders wird nur für den Versand des Preises verwendet und anschließend gelöscht. Und YouTube ist nicht Sponsor des Gewinnspiels und steht in keinem Zusammenhang damit. Gut, ich denke, das war es jetzt auch alles. Nächste Woche gibt es ein Video, wie das alles hier den ersten Frost mit minus 5 Grad ausgehalten hat. Falls du dich das jetzt schon interessiert, ich habe den Blogbeitrag bereits veröffentlicht. Geh einfach auf meinen Blog, da findest du ihn. Ich glaube, das ist der zweitneueste Eintrag. Ja, ansonsten danke, dass du mich abonniert hast. Falls du mich noch nicht abonniert hast, abonniere mich bitte, denn die nächsten 100 sind nicht mehr weit entfernt, nämlich nur noch 95. Und dann gibt es natürlich wieder eine Pflanze zu gewinnen. Und ich habe das Gefühl, das geht immer schneller. Es ist ein exponentielles Wachstum und es könnte sein, dass ich in ein paar Monaten drei Gewinnspiele im Monat feiere oder drei veranstalte, weil es so schnell vorangeht. Ja, ich glaube, einen Rundgang machen wir jetzt nicht. Es ist nicht viel passiert. Die Probleme, die ich mit dem Gewächshaus habe und so weiter jetzt im Winter, die werde ich in einem anderen Video gesondert darstellen, weil da hat sich ein bisschen was gesammelt. Wie ihr hier seht schon, immens viel Kondenswasser. Das ist zum Kotzen, weil alles nass wird und es schimmelt. Die Pflanzen, denen geht es noch gut, aber die richtigen Winter kommen ja noch. So nochmal, Dankeschön, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017